Die Formel 1 geht in die Sommerpause, Sport 1 verteilt Zeugnisse an Vettel, Hamilton und Co. Urheberrecht Sport 1 Grafik, Get the Images, Imago nach 12 von 21 Rennen geht die Formel 1 in die Sommerpause. Sport 1 verteilt die Zeugnisse. Welche Noten bekommen Vettel und Hamilton, welche Fahrer überraschen? Nach 12 von 21 Rennen geht die Formel 1 in die Sommerpause. Nach einem furiosen Saisonstart hat Sebastian Vettel seine Führung in der WM-Wertung verloren und liegt nur noch auf Platz 2 hinter Lieder Louis Hamilton. Hinter dem Top-Duo gibt es die eine oder andere Überraschung. Welche Noten bekommen Vettel und Hamilton, welche Fahrer überraschen? Sport 1 verteilt die Zeugnisse zur Halbzeit in der Formel 1. dem.